Deutsch lernen mit allen Sinnen. So der Titel eines Kursprojekts für fremdsprachige Schüler an der Hermann-Ellers-Schule in Wiesbaden-Erbenheim. Das sind vorwiegend Flüchtlinge, aber auch Kinder aus anderen Teilen dieser Welt, die hier neu anfangen, Deutsch zu lernen, dass die in die Küche gehen können und Lebensmittel kennenlernen und sich dann mit allen Sinnen, mit diesen Lebensmitteln beschäftigen und leckere Rezepte zubereiten, wie wir heute gesehen haben. Das sind sechs Stationen, die in diesem Ernährungsprojekt zu absolvieren sind. Wir haben jetzt die zweite Station heute begonnen und die Kinder und ich, wir haben am Freitag schon die Zutaten eingekauft, wir haben den Wortschatz gelernt letzte Woche. Die Kinder haben Einkaufszettel gemacht und heute haben wir dann die Sachen zubereitet. Unterstützt wird die Aktion vom Rotary Club. Dann haben wir gesagt, gut, das finanzieren wir, wir finanzieren euch die Lebensmittel und so lernen die Kinder nun im Deutschunterricht, wenn sie ihre ersten Wörter Deutsch lernen, ganz konkret eine Karotte nicht nur auf Bildern, sondern die Karotte anzufassen und zu schmecken. In der Küche, wir machen Schneiden und machen viele Essen. Gurken und Gerotten und Schnittlauch und sowas. Unterstützt von bereits bestehenden Lehrmitteln könnte das Projekt an weiteren Schulen Schule machen. Spannende Musik Spannende Musik